Gut, dann fangen wir an. Wunderbar. Oh. Oder auch nicht. Willst du es zurück? Ja. Gut. Mit Essen sogar. Gut. Guten Tag, guten Abend, guten Morgen, hallo beim Zahlensender und der Kategorie Zylonensender. Hallo Ben. Hallo. Hallo Jan. Hallo. Hallo Phil. Guter Safe. Und Mario ist leider heute nicht da, vielleicht beim nächsten Mal wieder. Gute Besserung ins österreichische Heimatland. Also du darfst doch aus Datenschutzgründen nicht gute Besserung wünschen, dann weiß ja jeder, dass jemand krank ist. Ja, nämlich der Sebastian Kurz, habe ich gelesen. Ja, aber nicht so lang. Nee. Oh Gott, der hat gebraucht. Wegen lang und kurz? Ach jetzt. Ja. Tim, du bist so langsam, du bist ein Ehrenschweizer. Geil. Toll. Damit haben wir jetzt unsere zwei Schweizer Hörer verloren. Also wenn sie den Witz dann in zwei Wochen verstanden haben. Wow. Dann haben sie aber schon runtergeladen. Haha. Vielleicht. Du überschwätzt das Schweizer Internet. Ich dachte, sie haben alle Glasfaser. Ja, nur in den entwickelten Regionen. Ach so. Jetzt haben wir noch mehr Schweizer Hörer verloren. Auch die, die wir nicht hatten. Schweizer Hörer, wenn ihr uns hört, dann meldet euch doch. Ja. Für ihn. Nee, ich sage jetzt nicht Grözi, weil ich kann das nicht richtig aussprechen. Briefe bitte an Jan. Jan. Ja. Schweizer Hörer. Äh, ch. Punkt. De. Kommt schon irgendwo an. Genau. Jan at Schweizer Hörer. Könnte ich mir echt mal zulegen. Vielleicht gibt es das auch schon. Das ist vielleicht. Aber kannst du bestimmt kaufen. In der Schweiz kann man alles kaufen. Schweizer Hörer dürfte nicht so viel kosten. Näh. Sonst kann ich auch ch.ch machen. Wieso ch.ch? Ja, weil es das Kürzel der Schweiz ist. Das war lange Zeit nicht erlaubt, Top-Level-Domains, also nicht Top-Level, sondern die da drunter, nur zwei Buchstaben haben zu lassen. Zum Beispiel hp.com war lange Zeit ein Problem, weil es einen Fehler in einem DNS-Server gab, der mit zwei Buchstaben-Domains ein Problem hatte und dadurch hätte das ganze Internet kaputt gehen können. War ein Linux-Fehler, der seit 20 Jahren nicht gefixt wurde oder so. Ist das so ähnlich wie der Datumsfehler vor 2000? Ja, weiß ich nicht. Also das war ja kein Fehler, der zu einem bestimmten Zeitpunkt zugeschlagen hat, sondern einfach mit zwei Zeichen. Aber der hatte auch mit zwei Zeichen zu tun. Ja, stimmt. Mein komplettes Verständnis von Computer-Domain-Element erschöpft. Ja, das hat auch mit zwei Zeichen zu tun. Aber im Jahr 2000... So viel habe ich mir gemerkt, dass das das Problem war. Aber im Jahr 2038 geht doch alles kaputt, oder nicht? Dann läuft der Unix-Timestamp über. Ja. Der hat ja am 01.01.1970 begonnen und zählt seitdem jede Sekunde hoch. Und dann sind die 32-Bit voll. Ah ja, das Jahr 2080-Problem. Ne, 2038. Genau, das ist eigentlich das richtige Jahr 2000-Problem. Das andere war nur Pille-Palle. Ja gut, aber das können wir jetzt noch 16 Jahre ignorieren und dann... Ja, genau. Zwei Monate vorher. Das konnte ja keiner ahnen. So wie der DSGVO. Wenn man alle Probleme angeht. Das Computer sich überhaupt so bewickelt. Ja. Ja, vielleicht sind bis dahin auch alle auf 64-Bit umgestellt. Bis dahin... Ich frage mich, ob wir bis dahin aus der Kohle ausgestiegen sind. Okay, vielleicht sind wir auch nicht auf 64-Bit umgestellt. Nee, da verkündet dann Bundeskanzler Söder stolz, dass komplett Deutschland jetzt über 50 M-Bit verfügt. Du bist viel zu realistisch. Ich hätte gesagt, Kanzler Gottschalk. Das wäre auch geil. Oder Jauch. Der in jeder Pressekonferenz den Journalisten vier Antwortmöglichkeiten stellt. Nein, 2038 ist doch... Also Gottschalk sowieso nicht. Und Jauch auch nicht. Die sind doch viel zu alt. Aber WLAN in allen bayerischen Bussen sollte doch was bis 2050 kommen. Ist aber schon. Ist schon, in allen. Also alle weiß ich natürlich nicht. Aber hier... Boah, das kann die CSU sich echt auf die Fahne schreiben. Wir sind zu früh dran. Und auch in den Krankenhäusern. Also halt so in den öffentlichen Dingen. Cool. Was finanzieren die dann mit den Einnahmen von der Pkw? Ah, Moment. Mit den Einnahmen, die schon angekommen sind. Ich sag dir, das wird der Paketzoll. Das eine ist ja langt, und das andere ist noch bunt. Es gibt ja eigentlich sogar schon Paketzoll im Internet. Nur nicht staatlich. Sondern die Eigner der verschiedenen Dienste, Leitungen, die peeren ja miteinander und müssen dann unterschiedlich viel zahlen. Aha. Bist du mir eigentlich jetzt wieder vollgeheizt? Oh ja, wir haben irgendwie... Sind wir falsch abgebogen. Kommen wir zurück zum Zölonen-Sender. Ja. Ja. Seid ihr auch so erschöpft? Wo wir... Total, total. Bin am Ende. Denn so heißt die neue Folge. Erschöpfung. Erschöpfung. Ach so, okay. Ich dachte, du interessierst dich für uns. Ich verschöpfe, worauf du hinaus willst. Ich wollte doch mal wieder ein bisschen Smalltalk haben. Ja. Das haben wir ja so wenig. Du musst doch, wenn ich eine goldene Brücke baue, die auch annehmen. Mit dem Arsch reiß ich die Arme. Aber ich kenne eine Person, die erschöpft ist. Sogar mehrere. Obwohl eine hat ein ziemliches Highlife in dieser Folge. Ja. Auf Englisch heißt die Folge A disquiet follows my soul. Ich habe so auf der Zunge, wie man disquiet gut übersetzt, aber mir fällt es nicht ein. Dann schauen wir mal nach. Eine Unruhe. Unruhe, genau. Ja. Ziemlich einfach. Eine Unruhe verfolgt meine Seele. Nahezu wortwörtlich übersetzt. Ja. Ja. Am 23. Januar 2009 war die erste Ausstrahlung der Folge in den USA. Und am 22. September 2009 in Deutschland. Ich bin mir gar nicht sicher. Also die deutschsprachige erste Ausstrahlung. Deutschland. Austria. Ich weiß nicht, ob zuerst in Österreich oder Deutschland tatsächlich. Diese Folge hat eine Besonderheit. Ronald, die Moore, so wurde mir gesagt, hat zum ersten Mal überhaupt Regie geführt und das Drehbuch gleichzeitig gemacht. Aber Drehbuch hat er schon mal allein gemacht, oder? Nur noch nie Regie geführt. Oder noch nie beides gemacht. Nee, ich meine, das wäre seine erste Folge, wo er Regie geführt hat. Ja. Unabhängig von anderen Kombinationen. Das kann sein, ja. Drehbuch hat er, glaube ich, schon öfter mal gemacht. Auch mit Ike zusammen und so. Ike? Ja. Ja, das sind doch die beiden. Moore und Ike. David Ike und Ronald D. Moore. Kennt ihr doch. Klar, Mann. Die hauen sich doch jedes Mal am Ende der Folge die Fresse ein. Ah, genau. Kennt man, kennt man. Ich glaube, Jan, du wolltest uns die Zusammenfassung liefern. Nee, Ben. Ja, glaube ich. 50, 50 schon. Ich habe tatsächlich auch an Ben gedacht, aber er hat gesagt. Ja, das geht mir auch. Ja. Wir sehen uns auch so ähnlich. Ja, das stimmt. Vor allem, wenn wir nebeneinander stehen. Okay. Wir haben beide eine Brille an. Punkt. Ja, haben beide noch Haare auf dem Kopf. Punkt. Ja, 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 ja. So was. Ben, du wolltest die Zusammenfassung machen. Wollte ich das? Okay, ich versuche... Ich habe einen Seidberg gesehen. Ich versuche, den Film zu machen. Ich versuche, den Film zu machen. Im Großen und Ganzen geht es in der Folge darum, dass die Zylonen zusammen mit den Menschen planen, die Sprungantriebe der terranischen Schiffe eben abzugraden, weil die Zylonen eben die bessere Technologie haben. Dafür müssen die aber allerdings Zutritt auf die terranischen Schiffe bekommen, was natürlich nicht so gut ankommt. Und das Ganze dann zu immer mehr Komplikationen innerhalb der Flotte führt. Und parallel zu diesen Komplikationen scheint sich auch eine Meuterei anzubahnen. Denn ein Teil des Militärs ist mit dem Plan der Präsidentin und des Admirals nicht einverstanden, eben mit den Zylonen zusammen eine Einheit zu bilden. Die Zylonen sozusagen mit in die Gesellschaft aufzunehmen. Denn das ist quasi die Gegenleistung, die die Zylonen haben wollen für ihren Antrieb, möchten sie voll Bürgerrechte innerhalb der kolonialen Gesellschaft bekommen. Vielen Dank. Und so ein bisschen hatte ich am Anfang oder über die gesamte Folge weg so den Eindruck, dass das wieder so ein Rückfall ist hinter die letzte Folge, was ich jetzt nicht schlecht finde. Aber ich hatte immer den Eindruck, die waren schon weiter am Ende der letzten Folge. Weißt du, nicht mehr in dieser Lethargie gefangen so sehr, sondern das war schon wieder durch die Rede von Adama und so schon wieder ein bisschen besser. Und jetzt sind sie aber eigentlich wieder genau in dieser Lethargie so drin, finde ich. Du meinst, weil die Erde zerstört war und sie kein Ziel mehr haben und so weiter. Ja, stimmt schon. Wobei halt jetzt auch noch der Punkt dazu kommt, hey, wir haben kein Ziel mehr, wollen wir uns nicht unsere größten Feinde mit in die Gesellschaft aufnehmen? Ja. Und alle so, yeah, gute Idee, dass wir nicht selbst darauf gekommen sind. So habe ich zumindest auch den Titel Erschöpfung interpretiert. Das ist halt immer noch dieses, wir haben kein Ziel mehr, genau. Wir haben kein Ziel mehr und das ist dahin. Ja, und manche sind halt auch mit der Geduld am Ende. Ja, deren Geduld ist erschöpft mit der Obrigkeit. Aber genauso wirklich erschöpft von seiner tagtäglichen Arbeit ist ja auch der Admiral. Das sieht man ja mehrere Male in der Folge, wie er, wenn eine Szene beginnt, er einfach schläft. Ob jetzt in seiner Koje mit ein paar Akten auf der Brust oder im Sitzen über einer Sternenkarte mit noch einem halbvollen Glas Whisky an der Seite. Im Morgenmantel, also sehr erschöpfter Mann und die Präsidentin dagegen, der geht es den Umständen entsprechend, aber ein bisschen besser. Und mit Adama geht es ja auch los, wie du gerade beschrieben hast, dass er sich aus seinem Bett quält. Ja, und vor allem, was mich ja nicht loslässt, ist, dass er, obwohl er noch vollständig angezogen hat, schon die Dusche aufgedreht hat. Ja, stimmt. Da habe ich auch gedacht, wie lange muss die vorheizen? Weißt du, auf der ISS trinken sie ihren eigenen Urin. Ja. Aufbereitet natürlich. Also als Crewman bist du auf der Galaktika wahrscheinlich auch nicht so weit weg davon. Und der dreht halt schon wieder auf und es dampft schon, weil sie heiß ist und er dreht sie um und geht wieder weg. Aber ich glaube, die haben auch schon mal thematisiert, dass die ihr Wasser komplett wieder aufbereiten können. Aber trotzdem, das macht man nicht. Ja, und vor allem auch. Trotzdem muss man es nicht so verschwenden. Vor allem auch. Ich habe mir halt gedacht, wie dann braucht das eigentlich, um warm zu werden? Ja, zwei Sekunden. Direkt. Es wird direkt am Antrieb vorbeigedampft. Das hat er schon direkt gedampft. Immer erst mal den FTL anschauen. Der Admiral will duschen. Sprung. Sprung. Aber wir sind doch sprung. Der Conditioner ist doch nicht raus. Die waren mich nur noch heilfroh, als er keinen Schnauzbart mehr tragen hat. Das hat drei Sprünge mehr verlangt. Ja, das hat mich mehr verstört, als ich erwartet hätte. Ja, und ich fand es auch geil, dass man, man hat nie gesehen, wie er sich fertig macht und die Zähne putzt und so weiter. Und in dieser Folge, ich glaube, mindestens zweimal oder sowas. Ja, und was man auch mehrere Male sieht, oder mindestens einmal, dass er jetzt wieder Papier vom Boden aufhebt. Weil das war ja so in der letzten Folge gar nicht, wo er dann einfach, wo er diese Pistole sich hatte geben lassen. Und dann war ihm alles egal, was auf den Gängen war. Ja, und jetzt, immerhin, jetzt hat er sich wieder aufgerappelt und hebt wieder Papier auf vom Boden. Das hat er ja immer schon mal so gemacht in verschiedenen Szenen, um zu zeigen, dass er, wie er mit dem Schiff verbunden ist, dass selbst er als der Admiral sich nicht scheut, den Müll aufzuheben, weil er will, dass sein Schiff in Ordnung ist. Ja, ja. Und auch zu zeigen, dass er halt nicht erschöpft ist, sondern immer noch den Tatendrang hat. Und hier das nicht, er lässt die Zügel nicht locker. Ja. Und deswegen will er den. Lass ihn jetzt nicht einreißen. Genau. Eure Traurigkeit könnt ihr zu Hause machen. Weicher, ja. Ja, also ich finde, die Folge, die startet stark. Kommt jetzt schon diese Krankenstation? Also wenn, ja, weil die Szene, die finde ich genauso, also abgesehen davon, dass ich auf so Ultraschallbildern immer gar nicht, oder auch auf Röntgenbildern, ich bin da immer völlig blind. Und wenn mir Ärzte sagen, ja, da ist das und da ist das, dann nicke ich immer, aber ich kann da überhaupt gar nichts erkennen. Und es geht mir auch hier so. Als sie da auch so gestoppt haben und meinten, wie sie sehen nichts, dachte ich, ah ja doch, da sieht man was, das ist der Kopf, hat sich nachher herausgestellt, das war was völlig anderes. Ich dachte, so ein Ding, das in der Mitte ist, das sah aus wie so ein Alien-Kopf, wie die Aliens bei Independence Day. Da dachte ich, ja, okay, vielleicht sieht ein Ceylon-Baby so aus. Nee, aber mir geht das auch, also es ist mir ein bisschen unangenehm, aber auch wenn wir irgendwelche Frauen, die frisch schwanger sind, so ihr erstes Ultra, da sind immer nur ganz viele grün-schwarze Punkte. Ja, das ist ja schon so, wenn das Kind schon da ist, dann sieht man ja noch nicht, was das ist. Sieht halt aus wie ein Baby. Welche Haare habe für das Haar? Was ich sehr gut fand, war wie, also es geht ja um das Kind hier von der Six, die von Tai schwanger ist, wie Tai so völlig gebannt da guckt und Kottel ihm eine Zigarette reinsteckt und sie dann beide direkt neben der Schwange lassen eine rauchen. Und die Krankenschwester so, die rauchen neben einer schwankeren Frau und ja. Ach ja, das wird sich schon nicht umhauen. Das stört. Ach, Dr. Koppel, wir lieben ihn doch einfach. Aber die ganze Szene war so ein bisschen Comedy-mäßig aufgebaut, fand ich schon am Anfang. Ja, aber total gut. Ja, schon am Anfang, wo man einfach nur diese ganzen Stimmen gehört hat und noch gar nicht, also man hat ja nur das Bild gesehen, das sah aus wie eine Sternenkarte, dachte ich erst oder sowas. Man hat das ja so ganz groß gesehen, also ich dachte, das ist jetzt ein Nebel oder so, so eine Sternenkarte. Und dann kamen diese ganzen Stimmen halt, ist das der Kopf und so und dann hat man, oh, ah, okay, das ist gar keine Sternenkarte. So ging es mir. Und dann dachte ich zuerst, dass die Pflegerin, die da mit dabei ist, die guckt die ganze Zeit so. Und ich habe irgendwie erwartet, dass sie irgendeinen spitzen Gegenstand nimmt und der Six jetzt den Bauch aufschneidet oder so, dass sie irgendwas, dass sie es nicht mehr aushält, dass hier jetzt die knappen medizinischen Ressourcen auch noch dafür verschwendet werden und dann die normalen menschlichen Patienten wie Gator, den man dann ja noch sieht, dass die so zurückstecken müssen. Aber die macht ja gar nichts. Nö, ich dachte, das war nur wegen dem Rauchen. Also die macht ja ihren Job einfach. Ja, aber sie hat schon, also man, das sollte glaube ich schon genauso rüberkommen. Naja, aber sie spricht ja sogar noch für Six eben dieses Leute müsst ihr hier wirklich rauchen. Ja, vielleicht geht es da halt dann eher um das Baby, aber so wie es porträtiert wird, glaube ich, soll schon rüberkommen, die ist nicht ganz einverstanden wie die medizinischen Ressourcen, beziehungsweise vielmehr die Aufmerksamkeit des Dogs für die Zilon da ist, weil er will dann ja auch, dass sie irgendwas holt, um den Embryo oder das Baby im Bauch noch viel eingehender studieren zu können. Und da geht sie ja erst an Gator vorbei, dem ja einfach nur seine Prothese nicht passt. Das ist ja auch nichts, wo dann ein Dog mal drauf gucken müsste. Ja, genau. Also er hat ja quasi den Part übernommen, den Phil jetzt quasi bei ihr erwartet hätte. Ja, aber ich glaube, dass, also sie redet ja auch zu, ähm, zu Gator, entschuldigt sich, dass es so lange dauert und so weiter. Ja gut, das ist ja auch ihr Job. Genau. Ja klar, klar, aber ich finde dein Gefühl, dass das halt, also ich hatte auch dieses Gefühl, oh, die macht jetzt irgendwas Gemeines oder Böses. Ja, vergiftet sie. Das soll nicht da sein. Ja. Dass sie, also es soll einfach rüberbringen, sie ist eigentlich nicht damit einverstanden, was da passiert, aber sie nimmt ihren Job noch so ernst, dass sie ihre persönliche Einsicht oder Einstellung hinten anstellt. Einstellung da nach hinten, ja. Ja, ja. Und findet aber bei Gatern eben auch durchdessen, ja, dann geh doch mal zu unseren, äh, hochgestellteren Zölongästen, die wollen wir doch nicht warten lassen, findet sie ja auch quasi jemanden mit der, mit derselben Einstellung. Stimmt, da kommt ja noch der Chief. Das war nicht super. Dessen Kind Blut hustet. Pinkelt. Ah, Pinkelt. Husten, Pinkeln. Ich hab's auf, ja, ich hab's auf Englisch geguckt. Ich hab Kaff verstanden, aber war anscheinend Pi. Ich hab's auf Englisch geguckt. Na ja. Ah, ein Loch ist das, wie das alles ist. Je nachdem, wie du das Kind hältst, kommst du halt oben raus. Ja. Ja. Ich glaub, das haben wir bestimmt schon mal gesagt, als wir sie das erste Mal gesehen haben, aber die, äh, die, die Assistentin vom Doc wird gespielt von der Ehefrau von, äh, Lia Dahmer, also vom Schauspieler von Lia Dahmer. Stimmt, das hast du schon mal gesagt, ja. Das ist seine Frau. Wen hat der auf diesem Schiff eigentlich noch nicht gehabt? Nein, nein, nein. Außerhalb des Schiffes. Ach so, er hat sie außerhalb des Schiffes, in einem Raptor. Ja, in Schwerelosigkeit. Hm, gut. Zurück zur Ernsthaftigkeit. Ja, das war's, glaub ich, im Vorspann, oder? Ja, das war dann, äh, die, die Comedy-Variante. Genau, und dann, nee, kommt dann nicht noch Sarek. Wobei, apropos Comedy, Doc Cottels Satz fand ich großartig, als hier der, der Colonel sagt, er kann nichts sehen, ja, schauen Sie doch mit Ihren Augen, mit Ihrem Auge. Ja, genau. By looking with your eyes. I. Genau. Ähm, dann kommt, glaub ich, noch, äh, Sarek und der Zwölferrat. Bäh. Auf der Colonial One. Darüber reden wir nicht. Nicht? Ich muss da immer an Karneval denken. Ich auch. Ich glaub, da ist das irgendwie Elferrat. Oh Gott. Ja, da geht's, da geht's eben auch nochmal um die Geschichte, ähm, wegen, wegen Zölonen-Allianz. Wird da nochmal besprochen. Ja, weil er natürlich die, wie nennt man das, äh, die Basis, Rally the Base. Ähm, einstimmt, das, äh, damit wird ja gegen jegliche demokratische Grundsätze widerstoßen. Nee, sorry. Das ist ja, ich hab mich vertan, das ist ja die Pressekonferenz, lese ich gerade, die kommt jetzt erst. Ach so, ja, ja. Wo dann gefragt wird, was denn mit, äh, wo keine Antwort gibt auf irgendeine Frage. Genau. Bis dann halt kommt, ähm, wie geht's denn, ihr Präsidentin, Ormaldi Adama? Ich freu mich, dass sie diese Frage stellt. Die Pressekonferenz ist beendet. Ja, sie erholt sich ausgiebig an Bord der Galaktiker, sagt er immerhin. Ja, ich hab auch erwartet, dass irgendwann ein Journalist, ähm, dem, dem alten Adama die Frage stellt, welche Frage er denn bereit ist zu beantworten, damit sie, damit sie das Ganze ein bisschen abkürzen können. Genau. Ja, über militärische Entscheidung redet er nicht, er redet nicht über Spekulationen. Über Spekulationen, genau. Stell dir mal vor, der Seibert würde das so auf der Bundespressekonferenz machen. Ja, und Tom Sarek sagt einfach, kein Kommentar, weil er ihm nicht in den Rücken fallen will, was er natürlich doch will, aber nicht so offensichtlich. Ja, er ist, er macht das ein bisschen perfider. Genau. So, dann kommt der Vorspann und dann, äh, weiß ich nicht mehr, wie's weitergeht. Dann kommt der Kriegsrat, oder? Zwischen den Führungsoffizieren. Ah, ja, wenn, wenn sie es eben besprechen, dass, ähm, dass die Pressekonferenz nicht so gut gelaufen ist. Ja, genau, und dann der Chief wird ja befragt, wie es mit den, mit der Zylon-Technologie aussieht, und, ähm, er meint, also es wird auf jeden Fall die Flotte weiterbringen, wenn diese Technologie in alle Schiffe eingebaut wird, aber er, auch wenn er jetzt nur ein erweckter Zylon ist, ähm, er hat halt null Ahnung davon, weil, woher auch. Daher müsste, wenn die Zylon-Sprung-Technologie in alle Schiffe eingebaut werden müsste, beziehungsweise deren Systeme durch diese Technologie geupgradet wird, auf jeden Schiff auch ein Zylon sein. Und er meinte halt so, die Boomer-Modelle oder vielleicht Lioben-Modelle, Six und so weiter. Ja, und da meinte Li auch schon, ja, ob das Quorum da so dafür wäre, wird schwierig, die davon zu überzeugen, und der alte Mann sagt, das ist eine militärische Entscheidung. Ich verstehe das gar nicht. Und von da sagt Gator dann ja, äh, sicher, dass sie das einfach so entscheiden können, Sir. Ja, das Sir kommt, kommt doch, glaube ich, auch erst nach Aufforderung. Ähm, aber, dass das überhaupt so, ich meine, wenn die ihre Sprungkapazitäten verdreifachen können, weil, was ist da überhaupt die Diskussion? Emotionen sind nicht mit Logik zugänglich oft. Was ist der Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz? Kennt ihr das, nicht? Ja. Ähm, Effizienz. Ist, wenn man sagt, wir kommen gut voran, wir wissen aber nicht, wohin wir gehen. Und sie wissen ja nicht, wohin sie gehen sollen. Deswegen ist es doch egal, welche Kapazität jetzt der Sprungantrieb hat. Nein, das ist doch Quatsch. Das Universum ist groß. Effizienz bedeutet doch, du erreichst sein Ziel mit den wenigstmöglichen Mitteln und effektiv ist, du erreichst dein Ziel und scheiß auf das, was du dafür brauchst. Nein, du kannst, ist ja eigentlich, ist egal, aber. Was hatten die, ja. Das sollte ja nur ein Beispiel sein, warum sie den FTL jetzt eigentlich gar nicht brauchen. Du kannst wahnsinnig effizient sein und trotzdem null effektiv, weil du in die falsche Richtung läufst, wahnsinnig effizient. Okay, ich verstehe das immer noch nicht. Aber sie brauchen auf jeden Fall einen Sprungantrieb, weil sie sind im Weltall. Aber Effizienz bedeutet die Wirksamkeit. Genau. Kann etwas wirksam sein, wenn du in die falsche Richtung gehst. Die Effektivität ist die Wirksamkeit. Nein. Doch. Dann hat die Wikipedia gelogen. Dann schreibe ich die gleich um. Ich bearbeite den Eintrag. Jedenfalls, also eine dreifach so weite Strecke ist die Frage, bringt das einem was, wenn man nicht weiß, wohin man springt. Da gebe ich dir recht. Er hat aber die Sternkarten, das heißt, vielleicht haben sie ja, haben ja, ne, den Stern der M-Klasse, wie man in Star Trek immer so schön sagt. Planet. Ja, Planet der M-Klasse, aber es gibt ja auch Sterne, die eine bestimmte Größe haben und Klassen und um die wahrscheinlicher ist, dass es habitable Planeten gibt. Wie dem auch sei, macht es dann, wenn man nämlich auf diesen Karten solche Sternsysteme ausfindig machen kann, Sinn, eine weitere Sprungreichweite zu haben. Vielleicht heißt aber auch eben ein Faktor 3, wir brauchen nur ein Drittel des Spritz. Und dann wäre es in jedem Fall besser, es einzubauen. Ja, aber so oder so, du kannst doch immer noch hinterher die Zylon umbringen, aber nimm doch die Antriebe. Ja, sie haben dadurch einfach zu viel Kalkiöl. Also ich verstehe das nicht. Na Moment, also du verstehst das nicht. Die haben doch einen riesen Bammel und immer schon Probleme gehabt, dass wenn Zylon-Technik an ihre Technik kommt, alles ausfällt. Und das ist doch verständlich, dass man die jetzt nicht aufs Schiff lassen will. Ja, ja, also ich rede jetzt nicht von der normalen Zivilbevölkerung. Bei denen ist mir das klar, weil die wissen ja überhaupt nicht Bescheid. Also dass die die Situation nicht beurteilen können, das ist mir schon klar. Aber dass es in dem Quorum da, dass es eine ernsthafte Opposition gibt, abgesehen von vielleicht irgendwelchen persönlichen Machtoptionen, die Zarek da für sich sieht, das ist mir nicht ganz versteckt. Also ich glaube, dass dieses Quorum genauso wie die Präsidentin auch keine Spitzenpolitiker sind, sondern das ist die ganz normale Zivilbevölkerung. Ja gut, aber die machen das jetzt doch auch schon länger als zwei Tage und wissen so ein bisschen Bescheid. Ja, das stimmt. Und müssen sich denken, eben dieses, naja, also verdreifacht, das ist doch ein gutes und die Zylonen, die sind jetzt eh gerade da und der Admiral sagt, das ist irgendwie, er hat das im Griff militärisch. Aber so, dass man zumindest drüber redet, aber dass es so völlig außer Frage ist. Aber das siehst du auch in der realen Politik, dass sich Parteien einfach aus Hardlinerei gegen logische Entscheidungen verschließen. Ja, aber nicht komplett durch die Bank alle. Nee, nee, das stimmt schon. Das schreibe ich aber auch Zarek zu, der da bestimmt hinter den Kulissen so ein bisschen gesagt hat, wollen wir das wirklich machen? Das ist der Gegner. Das glaube ich auch, die werden ja immer als der Spielball immer nur der Manipulatoren dargestellt und Tom Zarek hat ja die ganze Zeit gut im Griff. So wie ich, wenn ich eine Aufnahme verschiebe. Genau, genau. Ja, Phil Zarek. Phil. Einen schönen Klang. Naja. Ja, na gut. Auf jeden Fall gibt es da jetzt einen Plan und ich glaube, Apollo soll sie überzeugen. Ja. Ja, der super funktioniert. Funktioniert dann nicht so richtig, weil auch da Tom Zarek ihm ziemlich schnell wieder das Wort abnimmt. Es ist halt auch sehr offensichtlich, also den Ball über seinen Sohn zu spielen. Aber die Präsidentin will die ja nicht. Nee, weil die hat jetzt die Entscheidung gefasst und die kann man ja auch nachvollziehen, dass sie hat sich ja an diese Prophezeiung geklammert. Ein sterbender Anführer wird die Menschen zur Erde führen. Jada, Jada, Jada. Und jetzt haben sie die Erde gefunden. Sie ist immer noch krank. Ja, aber sie ist immer noch krank und sie haben keine neue Heimat gefunden. Und das hat natürlich ihr gesamtes Weltbild vollkommen zu schlagen. Und jetzt überlegt man jetzt ja, warum soll ich denn eigentlich noch weitermachen? Aber eigentlich war die Prophezeiung ja völlig richtig. Ja, aber wie Prophezeiungen sind, die beißen sich am Ende immer in den Arsch. Und apropos neue Heimat, wo du gerade gesagt hast, ist euch aufgefallen, dass der Vorspann sich geändert hat? Nein. Bis zur letzten Folge stand ja immer, keine Ahnung. Auf der Suche nach einer neuen Heimat oder so. Genannt Erde. Ja. Und das genannt Erde haben sie jetzt gestrichen. Ah. Aber früher war der auch nicht da. Das war erst in der vierten Staffel da, oder? Ich glaube ja. Genannt nicht Erde. Keine Erde. Nicht mehr. Sprecht uns nicht drauf an. Wir nehmen alles. Nicht drüber reden. Hier Name einfügen. Tom Zarek macht da jetzt irgendwie ganz schnell, zack, zack, zack. Wer will hier abstimmen? Wir zwei sind dafür. Jetzt stimmen wir ab. Bumm, bumm, bumm. Nein, keiner darf auf die Schiffe. Wenn sie nicht explizit selbst wollen. Ja. Das ist der Wille des Volkes. Und das Volk sollte man bei sowas ja immer direkt fragen. Haben sie ja nicht. Sie haben ja nur die Abgeordneten gefragt. Den Elferrat. Elferrat. Da, 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 da. Nein, zwölf. Ah, zwölf. Ja, okay. Im Karneval ist der Elferrat. Außerdem, ich glaube, ich glaube, vorher hat, ich glaube, vorher bei dem Gespräch davor hat Adam hat er noch gesagt, das ist eine politische Entscheidung, oder? Da hat er nämlich noch nicht gesagt, das ist eine militärische Entscheidung. Erst nachdem sie sie jetzt dagegen waren, hat er gesagt. Jetzt ist es eine militärische Entscheidung. Das Ausrüsten der Schiffe ist eine militärische Entscheidung. Na, ich meine, in einem Punkt hat er ja recht. Achso, du, Jan, zuerst? Ne, ich wollte nur einen blöden Wortwitz machen. Mach ruhig was konstruieren. Achso, dann heb ihn dir auf, Vögelheit. Naja, dadurch, dass sie es jetzt abgelehnt haben, ist es jetzt eine Gefahr für die Flotte und dadurch ist es zu einer militärischen Entscheidung geworden. Das stimmt. Das hat er von Anfang an schon sich so gedacht. Ne, ne, das glaube ich nicht. Vorher hat er gedacht, er lässt das einfach mal Apollo machen, dann ist er nicht der Buhmann und er muss es nicht durchsetzen, aber sein Schoen schafft ja nichts. Ja. Aber hat da nicht geklappt, genau. Und bei der Pressekonferenz, bei der wir ja schon längst waren, aber was ich vergessen habe, haben die sich ja kurz verplappert. Ach ja. Ach so, sie. Das habe ich aber auch nicht kapiert. Oder ich habe es schon wieder vergessen. Mit den noch Unbekannten, oder? Mit den noch Unbekannten Zylonen. Weil die Adama sagt. Die des fünften Zylonen. Und dann haben sie gesagt, oh, jetzt fertig. Wir müssen weg. Paco ist abgelaufen. Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das schon vorkam und ich vergessen habe, oder ob das zum ersten Mal angesprochen wurde. Was? Dass es eine sie sein soll. Also wir wissen es nicht. Wir haben es nur in dem letzten, in dem Bild gesehen. Von Tai. Ach ja, Alan. Ja, 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 ja. Aber das bedeutet ja auch, dass Tai es den anderen erzählt hat, weil Lee sagt ja, sie ist gestorben. Genau, stimmt. Also hat Tai das auch nicht für sich behalten. Das haben wir nicht gesehen, genau. Nee, nee, aber das hat mich echt überrascht, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Ich hätte nicht gedacht, dass der damit so hausieren geht. Aber er ist jetzt auf einem Offenheitstrip, weil wir hätten es ihm schon längst sagen müssen. Keros Rays. Meiner besten Freundin liebt, Lee Adama. Was? Ekelhaft. Ach ja, übrigens, seit Tyrell und Zylones ist der ja wieder ziemlich hoch im Kurs bei der Führungscrew. Der ist ja jetzt Ex-Chief, wird er immer angesprochen, aber ist jetzt wieder hier bei den Offiziersmeetings dabei. Ja, weil er ist ja immer noch sehr technisch verständig und ein Zylon. Da gab es so diesen wunderbaren Dialog. Moment, ich muss ihn suchen. Ah, hier. Hilo sagt, Und dann sagt Tyrell, Ja, Ty war sowieso und ist ja immer gerne für solche One-Liner immer wieder gut. Aber das fand ich sehr schön. Seit der Ty sich da irgendwie abgefunden hat, ist er wieder extrem. Ja, ist er wieder sehr on point. Ja. Er ist auch wieder sehr XO. Genau, genau. Er hat sich jetzt entschieden und das vollkommen akzeptieren können. Und das ist halt überhaupt nicht mehr dieses Verwirrte, was er in den letzten Folgen immer hat. Dieser typische Teilgesichtsausdruck mit hochgezogenen Augenbrauen und einem offenen Mund. Aber ich fand es sehr schön, dass der Chief sich so vertan hat mit eure, unsere. Das ist ein kleines Detail, was aber das Ganze sehr realistisch macht. Ja, siehst du, es ist sogar eine niedrige Annahme, dass es nur verdreifacht wird. Kann sogar noch besser sein. So, und dann geht Adama müllaufhebend nochmal zur Präsidentin, glaube ich, und redet mit ihr. Er steckt den Müll in seine Hosentasche. Während sie sich stretcht. Ja. Also sie hat ja vorher, ich glaube, das war als Lee Adama ja gesagt hat, der Präsidentin geht so oder so, wird sie ja nochmal allein gezeigt in einem Zimmer, wie sie die Medikamente auf dem Tisch hat, die sie eigentlich nehmen soll. Vom Tisch schmeißt und dann auch alle anderen Medikamente hinterher in den Müll entsorgt. Sich also entschlossen hat, sie lästert jetzt mit der Therapie. Dann hätte sie ja die Medikamente auch ruhig wieder zurückgeben können. Ich meine, die haben ja jetzt nicht einen unbegrenzten Vorrat an Medizin. Das finde ich in so einem Netto stehen. Eben, eben. Da dachte ich mir, ihr passt schon gut zusammen. Boomer, alles Boomer. Das denke ich mir in der Serie sehr oft, wenn die irgendwas in die Ecke pfeffern und ich denke, ja, eins weniger auf dieser Welt. Ich frage mich, ob wir die ganzen Zigaretten herhaben. Es war so ein bisschen komisch auch, wie sie da so geguckt hat, als würde sie beobachtet, oder? Ja, das habe ich auch gedacht. Vielleicht hat sie die Kamera gesehen. Vielleicht. Die Kamera direkt vor ihrem Gesicht. Also, wenn du auf der Straße rumläufst und du siehst ein Fernsehteam ist, wo du denkst, okay, ich gehe jetzt im Hintergrund einfach dran vorbei und ich gehe ganz natürlich. Und dann merkst du, wie deine Fußsohlen auf einmal auf dem Bürgersteig abrollen. Und du denkst, oh Gott, ich stagse gerade. Das gibt es, es gab so ein lustiges Video, nachdem Großbritannien eben den Brexit vollzogen hat, wie sie im EU-Parlament die Flagge abgenommen haben. Und diese beiden Personen, die ja mit der Flagge von der Kamera weggegangen sind, die sind genau so gelaufen. Die haben die Kamera zwischen ihren Schulterblättern gespürt. Ja, sie ist ja jetzt eigentlich dann wieder recht vital, nachdem sie sich dazu entschlossen hat, trägt die Perücke nicht mehr, sondern ein Kopftuch. Und geht joggen. Und geht joggen. Durch das ganze Schiff. Das hat mich ein bisschen an die letzte Folge erinnert, wo halt auch Mario meinte, der Soundtrack hatte ihn da so ergriffen, halt wenn die Leute durch das Schiff rennen und immer wieder die Musik dazu gezeigt wird, wo er gelaufen wird. Das war jetzt auch ein bisschen so. Kann man auch so eine Rocky-Trainingsmontage draus basteln. Ja, es war ja auch so ein bisschen rockige Musik, die dabei lief, während sie so halb, aber sie ist ja so halb gejoggt und halb gestolpert, hatte ich den Eindruck. Ja, so ganz viel. Und alle drehen sich um und meinen, oh, ist das die Präsidentin? Und sollen wir ihr helfen? Und das war, glaube ich, das zweite Mal, wo Adama ja aufgewacht ist, während er vor dieser Sternkarte eingenickt war. Und sein Telefon klingelt ja. Und da wird ihr dann wahrscheinlich gesagt, du, die ist gerade spazieren. Weil sie sollte ja eigentlich zur Therapie gehen, die am nächsten, an diesem Morgen war. Und ich schätze mal, Kottel war am Telefon und hat ihm gesteckt, du, die Präsidentin ist ja nie aufgetaucht. Und dann stellt er sich ja nach einer Kurve auch so demonstrativ in den Weg. So, du hast mir etwas zu sagen, junge Dame. Und dann offeriert sie ihm eben, dass sie jetzt die Therapie nicht mehr verfolgt, sondern sich entschlossen hat, die Tage, die sie noch hat, zu genießen. Und dann treibt die Sport. Ist sie verrückt? Damit ist er aber auch, glaube ich, einverstanden. Weil kann man ja auch nichts gegen sagen. Nur offiziell, und das finde ich ein bisschen komisch, offiziell als Präsidentin nimmt sie nicht ihren Hut. Nee, das stimmt. Sie will irgendwie die Macht oder die Möglichkeit noch einzugreifen nicht abgeben. Ja, soll es ja manchmal geben in der Politik, dass Leute sich mit ihren Rücktritten da ein bisschen schwer tun. Ein bisschen Zeit lassen. Andere hingegen treten einfach mal unvermittelt zurück. Wer ist denn im Podcast zurückgetreten? Christian Lernheim. Niemand. Die Präsidentin sagt zwar, sie will nichts mehr machen, aber gehen tut sie auch nicht. Will sie auch nicht. Eben. Anders als Frau Annegret. Sie will sich ja umbringen, offensichtlich. Was? Weil sie Sport macht. Ja, weil sie eben ihre Behandlung nicht mehr wahrnimmt und ihren Körper stresst. Also sie will sich jetzt nicht aktiv umbringen. Sie ist jetzt nicht suizidgefährdet. Dann hätte sie alle Pillen auf einmal nehmen können. Es ist halt die bewusste Entscheidung, die Therapie nicht fortzusetzen. Das ist weit davon entfernt, sich umzubringen. Naja. Also sie weiß, dass sie sterben wird. Ja, klar. Ja, aber das ist eine Akzeptanz der eigenen Sterblichkeit, die halt anders als bei gesunden Menschen mit einem definitiven Abfallsdatum versehen ist. Aber es ist halt nicht der aktive, ich bringe mich jetzt umgedacht. Dann sage ich es anders, sie hat den Lebenswillen verloren. Eigentlich hat sie ihn wiedergefunden, würde ich so sehen. Ja, weil sie hat akzeptiert, dass sie sterben wird und will das Leben, was sie bis dahin hat, nicht mit Schmerzen durch die Therapie verbringen. Und mit Drogenrausch und die ganze Zeit nur in der Krankenstation liegen. Sie will jetzt einfach die Zeit, die sie hat, will sie so nutzen, wie sie sie gerne nutzen möchte. Okay. Und deswegen joggt sie jetzt auch durch die Galactica. Genau, hat sie wahrscheinlich seit drei Jahren nicht mehr gemacht. Kotel meint ja auch, das ist halt ein vitalisierender Effekt, der durch das Unterbrechen der Therapie kommt. Hat sie nochmal so einen Hoch und dann geht sie halt runter. Ja. Aber wenn sie hochläuft, die Treppe, steht Adama vor ihr. Genau. Was tun sie hier? Ja, können wir kurz über, also ja, weil Detail hatten wir doch jetzt eigentlich schon mal. Genau, genau. Über? Über Gator reden. Also ihr Gator trefft doch Star Wars. Ja, richtig. In der Offiziersmesse oder was das ist, in dem Lokal da. Und ich weiß nicht, habe ich die letzten Folgen nicht so richtig aufgepasst oder geht das irgendwie ganz schön schnell? Dass Gator zum Arschloch umgeschrieben wird? Ja. Ja. Gator hat quasi den Rassisten in sich gefunden. Ja, also weil Gator war immer so einer der liebenswürdigsten Charaktere, die zwar vielleicht manchmal dumme Sachen gemacht haben, aber die immer anständig waren. Und irgendwie habe ich die Entwicklung verpasst hin zu dem da. Ja, seit er das Bein verloren hat, hat er sich sehr verändert. Ich hatte so ein bisschen an Lieutenant Dan aus Forrest Gump gedacht, der dann ja auch so unglaublich verbittert ist, bis er eben dann beim Schrimpfischen seinen Frieden macht. Ja, vielleicht ist der Gator einfach ein bisschen fremdisch. Ja, soweit ist Gator doch nicht. Jetzt wird wieder so ein Algenplanet, der sowas findet. Und ich glaube auch, dass er eben dieses, er ist ja immer sehr von rechtschaffenden Idealen geleitet gewesen. Und das, vielleicht denkt er es jetzt hier auch noch, aber das ist halt sehr viel Verbittertheit, dass er, er hat eben sein Bein verloren, seine Mobilität und einen guten Teil seiner Lebensqualität, derer, die noch da war in dieser Flotte, eben verloren, aufgrund von Starbucks-Suche und dem Kampf gegen die Zylonen. Und plötzlich wird sich mit den Zylonen verbündet, also hat er, hat er sein Bein jetzt für, für nichts und wieder nichts verloren oder, oder was ist passiert? Also keine Ahnung, ob das so ist, ich versuche es halt so, ja, mir zu erklären. Aber ich denke auch, es ist sehr schnell gegangen, es ist sehr schnell gegangen. Ja. Weil, äh, Starbuck, obwohl Starbuck hat ihm doch ins Bein geschossen, also man könnte schon sagen, dass er auf Starbuck im Speziellen eine Wut hegt. Ja. Oder nee, war es Starbuck, oder war es Hilo? Damit ist er ja auch gar nicht alleine. Ich weiß jetzt nicht mehr, Ben, war es Starbuck oder Hilo, der ins Bein geschossen hat? Okay, dann, ja, wahrscheinlich war es. Hilo. Enders. Enders. Verdammt, das war Enders, stimmt. Enders, okay, okay, und dann ist Starbuck nämlich zu, zu, zu ihm, zu ihm gegangen und hat ihm geholfen. Hat ihn verwundet. Ja, er soll das, ja. Hat ihn verarztet. Ja, und sie hält ja auch immer noch zu Enders, dem zu lohnen. Ja, ja, und er glaubt ja auch von ihr, dass sie auch irgendwas anderes ist und kein Mensch mehr. Ja. Also ich glaube, er hat jetzt einfach eine Pubie gegen alles andere entwickelt. Offensichtlich hat jeder seine Geheimnisse erzählt und Starbuck hat jetzt auch jedem erzählt, dass sie sich tot im Cockpit gefunden hat, wie Dings auch von Ellen erzählt hat. Keine Ahnung. Weil das hätte ich jetzt an Starbuckseite nicht erzählt. Ja. Für mich behalten. Ja. Alle Liobens noch getötet. Hat sie auch, glaube ich, für sich behalten, weil sie wollte das ja Li erzählen, aber dann hat Li vom Tod von Di ja geredet in der letzten Folge. Da hat sie nichts mehr erzählt. Vielleicht ist das auch, dass dieses Trauma, dieses Erde-Ziel nicht erreichbar, vielleicht ist das, hat das bei ihm halt auch ausgelöst, so wie die sich erschossen hat. Aber ich finde es halt auch sehr, sehr, ja, den Charakter sehr umdefiniert. Ja, genau. Also gerade, weil es halt Gator ist, finde ich es besonders krass, weil es so eine 180-Grad-Drehung ist. Ja. Man kann natürlich sagen, das mit dem Bein, das gehört schon alles dazu. Ja, aber auch eben, dass die, die hatten ja anscheinend die Kojen übereinander und sie hat mit ihm immer im CIC gearbeitet und so weiter und er hat sie ja als Letzter gesehen in der letzten Folge. Ja. Vielleicht ist es auch einfach nur, dass das jetzt in dieser Folge so. Aber man sieht es halt einfach zu wenig. Genau, dass man das in der Folge jetzt so deutlich sieht und bis jetzt hat man das gar noch nicht gesehen, sondern man hat die höchsten Gedanken versunken gesehen oder so. Und jetzt wird er ja total aktiv und schmeißt, nee, was heißt, er schmeißt Starbuck nicht raus. Sie schreiten sich, sie geht dann raus und er sagt dann, mach mal die Tür zu, wir haben zu reden mit den anderen. Ja. Lass mal verschwererische Dinge besprechen. Und da sind ja in dieser Offiziersbar alle möglichen Arten von Soldaten, also Piloten, Marines, Deckleute. Jedenfalls den Uniformen nachzuurteilen. Männer, Frauen. Ja. Tassen sind da. Nein, weil ich nur sagen will, das. Amplosia. Es zieht sich durch die gesamte Crew. Das Reden. Und hinter verschlossenen Türen wird ja selten was Gutes geredet. Pupio. Das ist ja was ganz Neues. Ja, ja, ja. Das ist ja auch die Zukunft. Aber was da geredet wird, erfahren wir nicht. Doch, aber nicht mittelbar. Nicht Wortwürden. Ja. Die Kamera muss auch rausgehen. Genau. Freche Hit. Und dann kommt nochmal, habt ihr schon über die Krankenstation geredet und über das Kind, was ja Blut pinkelt oder hustet? Nein, da kommen wir jetzt hin. Ja, aber da geht's ja noch weiter. Genau, weil wir erfahren ja, dass das Baby gar nicht vom Chief ist, sondern von hier Namen einfügen. Aber es ist doch geil. Wow. Also wenn wir das alle gesagt hätten, Ben. Nein, ich wollte es dir noch nicht verraten. Ich weiß natürlich, wer das war. Aber es wird ja erst, es dauert ja eine Zeit in der Folge, bis es tatsächlich verraten wird. Genau, ich weiß natürlich, wer das war. Das sind keine. Aber ohne Scheiß, ich wusste es, also woher soll ich es auch wissen? Ja. Der Doktor wollte es nicht verraten. Ab dem Moment, wo es halt rauskam, dass der Chief nicht der Vater des Kindes ist, da hat mein Hören angefangen. Okay, mit wem könnte Kenny was gehabt haben? War da irgendwas schon mal in der Serie, was ich dann einfach nicht so wahrgenommen habe? Muss ja jemand von der Deckcrew gewesen sein, weil die haben ja immer zusammen gearbeitet. Und das ging die ganze Zeit in meinem Kopf. Ich habe mir gedacht, das ist völlig untergeordnet, ob ich das weiß oder nicht, wer dich untergeordnet war. Ja, das hast du ja auch bestimmt vier. Nein, ich fand es viel krasser, dass der Chief dann so, naja, okay, weg mit dem Kind. Ich hatte das jetzt zwar für Jahre oder Jahre, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie alt das Kind war. Aber trotzdem dann irgendwie so, naja, okay, Gefühle deaktivieren. Vielleicht hat er ja auch, also, ne, außerdem habt ihr es ja alle schon gesehen und dann ist, glaube ich, die Spannung auch raus, wer jetzt der Vater ist. Ich wusste es aber auch nicht mehr tatsächlich. Ja, du hast ja bestimmt während der Folge auch immer auf Twitter geguckt. Wer ist der Vater, wer ist der Vater? Hashtag, äh, Silent, ähm, Bastard. Ja, das kommt ja auch dazu. Wir haben ja immer dieses Wunder des Hybriden-Kinds und dann dachten wir ja, guck mal, da gibt es ja jetzt noch einen Hybriden-Kind und dann kommt raus und ja, denkst du, es ist ein reiner Mensch. Und es kommt ja so raus, dass das Kind Nieren, ja, toll, Tim. Wow, beeindruckend. Ist dir die Tragenweite gar nicht bewusst? Ah, dann ist das ja doch gar nicht so uninteressant, wie ich dachte. Oh, meine Fresse, ey. Die reden da doch sogar drüber. Ja, eben. Also hier, deshalb, das war doch für die Bluttransfusion wichtig. Eben, weil das Kind wird ja eine Niere verlieren und so weiter, ja, das kann man machen, ja, wir haben noch Bluttransfusionen da. Nee, das interessiert mich nicht, wer damit will, da passe ich nicht auf. Nein. Das, das habe ich schon kapiert, dass es deswegen rausgekommen ist. Aber ich habe die Tragweite nicht verstanden, dass es da kein Hybriden-Kind mehr ist dann. Und es nur weiterhin Helen gibt. Nee, wie heißt sie nicht? Nicht Helen. Boomer. Ja, Boomer. Also du meinst, äh. Helena, oder? Hera, genau. Okay, Boomer. Helena, Hera. Den Witz hast du beim letzten Mal schon gemacht. Den werde ich auch nochmal machen. Aber ich fand es interessant, wie die das eben haben, wo ans Licht gebracht haben. Das eben mit einer Blutprobe, ja, und das würde das Kind doch töten. Und Gott ist, Alter, 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 wenn der Vater, der Zyronenvater im Vollmensch-Kind Blut spendet. Ja, aber, also es war jetzt eigentlich auch kein Grund, das zu verraten. Sie hätten ihn noch Blut spenden lassen können und es dann wegkippen können. Ja, es war ja auch keine Absicht, das war ja, war ja einfach nicht besonders gut im Geheimnis. Ach so, ich dachte, die wollte schon, dass das rauskommt, oder? Ja, weil es ist halt nicht besser. Ja, das war schon Absicht, weil dann sagt ja auch Kottel noch so im, äh, darüber reden wir später. Darüber reden wir später. Genau, genau. Das typische Drohnen, dann, sie kommen, kommen sie in einer Viertelstunde in mein Büro. Glauben sie nicht, dass ich das vergesse, nur weil ich jetzt mit diesem Typ in den Nebraum gehe und mich bei ihm entschuldigen muss. Wie heißt sie noch? Ja gut, aber ich sag mal, dieses, ich glaube, das Umfeld hier ist eher, ist eher arbeitnehmerfreundlich. Ja, bilden sie sich doch eine neue Pflegefachkraft aus. Spaß. Oh, ja, die haben wir recht. Außerdem bin ich außerhalb der Flotte mit dem Adama verheiratet. Der Adama Junior, genau. Ich rede jetzt mit meinem Mann. Das war eine militärische Entscheidung. Lustig, dass wir jetzt immer noch nicht verraten haben, dass Hotdog der Vater war. Ah, jetzt hast du dich abgeguckt. Genau. Ja, aber mit denen hatte ich nicht auf meine Rechnung. Da haben wir auch wieder eine Verknüpfung, weil Hotdog ist ja in Wirklichkeit der Sohn von Adama Senior. Ach, von Adama. Oh nein. Also von Olmos. Für einen jungen Adama wäre es auch ein bisschen krass. Dann wäre ja der Schwieger, nee, wie nennt man das, der Schwager von der Krankenschwester. Das wären alles Alabama-Beziehungen. Alabama? Ja, weil Alabama doch so der US-Staat, der Inzest ist. Und wenn die Familienbeziehungen ganz kompliziert werden, dann nicht Alabama. Kannst du auch einfach, da wir hier in Deutschland sind, Saarland, nee. Eifel. Achso, Saarland. Saarland-Beziehung. Ich habe jetzt gelernt, dass ... Ah, jetzt habe ich vergessen, wie die Stadt heißt. Bremen. Castro-Brauxel. Kansas City. Ich habe jetzt gelernt, dass Kansas City nicht in Kansas liegt. Das wusste ich nicht. Durch Trump. Weil er es auch nicht wusste. Weil er doch diese Basketball ... War das Basketball? Basketball-Team? Nee, Football. Football-Team für ganz Kansas City und Kansas und die USA. Ich bin stolz auf euch. wenigstens wusste er, dass beides Kansas City und Kansas in den USA liegt. In den USA. Ja, das ist echt ein Wunder. Nicht so wie Puerto Rico? Genau. Moment, das gehört auch zu den USA, oder nicht? Ja, eben. Aber er hatte ja nach dem Hurricane gesagt, er hat mit dem Präsidenten von Puerto Rico telefoniert. Wieso? Zumindest waren die beiden sich dann vermutlich einig. Ja. Oder vielleicht ... Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Hören Sie auf, mich immer nachzumachen. Und dann auch ... Falls ein Staff ihn einfach in so einer Schleife immer wieder zurückgespielt hat, mit einer Sekunde Verzögerung. Ah, herrlich. Ja, freu mich. Wunderbar, dass du das gelernt hast bei ... Ja, gell? Wow. Zurück zu Galactica der besseren Zukunft. Ähm, landet denn in der Folge überhaupt noch, dass das Hotdog ist, oder hast du jetzt ... Ja, 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 ja. Er trifft sich sogar ... Ja, schon, das passiert doch direkt ... Das ist ja das, was mich so schockiert hat, dass der Chief dann direkt vor Hotdog auf dem Tisch dieses Kind ablegt, sagt, hier, kümmere dich. Naja, also es passiert ja auch ein bisschen früher. Also der Chief ist ja bei Balter, weil er ja ... Warum auch immer der Jünger von Balter geworden ist, oder einer der Jünger. Habst du das so verstanden? Ich hab das so verstanden, dass der da ... Was wollen der da sonst? Ja, der sucht Hotdog. Nein, der Chief ist doch schon früher da. Ja. Also ich hab's so verstanden, dass der Chief mal wieder bei Balter rumhängt. Mhm. Und dann sieht er, dass Hotdog da ist und ist stutzig, weil Hotdog ist sonst vielleicht nie bei Balthas, äh, Andachten. Und deswegen zählt er eins und eins zusammen und merkt, ah, okay, Hotdog ist der Vater. Ja, der war ja tatsächlich schon mal da, damals als Tai ihn da zur Rede stellen wollte. Und, ja, und es muss ja so sein, weil Kottel erzählt dem Chief ja den Namen nicht. Sondern Kottel sagt, ich werd jetzt erst mit dem Vater Kontakt aufnehmen und der setzt sich dann, so wenn er will, mit dir in Verbindung. Hä, dann versteh ich aber gar nicht, wie soll er denn dann jetzt auf Hotdog gekommen sein? Ja, weil Hotdog sucht ... Nein, Hotdog sucht den Chief auf. Ach so. Und wenn der Chief ... Weißt du, wenn zum Beispiel du, Tim, jetzt, wo gehst du, würdest du nie im Leben hingehen? Zum Friseur. War ich gestern. Nein, nein, nein. Sag mal, wenn du jetzt in die Ballettschule gehst und dann seh ich dich da, der täglich Ballett tanzen geht und denkt, Moment, Tim ist der Vater meines Zylonenkindes, okay? Und wer von beiden ist jetzt Hotdog und wer von beiden ist der Chief? Du bist Hotdog. Ich bin Hotdog. Du einfach, ja, du bist viel Hotdog. Das heißt, ich bin schon da. Nein, du bist schon da. Nein, du kommst dahin, obwohl du sonst nichts dazu suchen hättest. Du hast ja verstanden, was ich meine. Ja. Genau, du kommst wegen Jan einfach dahin. Das Ballettbeispiel hat mir extrem weitergeholfen, danke. Ja, mir nicht. Du Ballett hilfst immer. Ich bin jetzt irgendwie beim Hasen und Igel. Okay, nee, ich hab's tatsächlich verdreht. Hotdog geht auf den Chief zu. Okay, genau. Und holt sich dann eine volle Faust ab. Genau. Dazu muss man aber noch sagen, und das hab ich jetzt auch nur aus der Wiki gelesen, es gab ein Interview mit Ron Moore, wo er explizit festlegt, dass Kelly schon schwanger war, bevor sie mit dem Chief zusammengekommen ist. Also sie hat ihn quasi nicht beschissen, sie hat ihm einfach nur nicht gesagt, wer der Vater ist. Ach so. Ja, und das ist schon beschissen. Das sagt doch der Kottel auch so, oder? Ja, genau. Das ist halt nicht gut, das ist sicher, wer jetzt aber ... Ja gut, aber das muss ja auch nicht sein, wenn du mit beiden parallel rummachst. Ach so, du meinst ... Ja, sie wollte ja auch erst abtreiben. Nein, na ja. Sie hat ihn nicht betrogen, meinst du? Genau, sie hat ihn nicht betrogen. Sie war quasi schon schwanger, bevor sie zusammengekommen ist. Genau, und sie wollte ja auch erst abtreiben, und dann, das ist ja illegal in der Flotte, und deswegen wurde es nicht gemacht. Und dann wollte sie nach der Geburt halt irgendwann einen Vaterschaftstest, weil sie ist halt auch ... Weil anscheinend der Zeitraum so eng ist. Ich meine ja nur, du musst nicht zwingend mit zwei Leuten gleichzeitig Sex haben, um nicht zu wissen, dann, wer der Vater ist, weil das dauert ja einen kleinen Moment, bis du weißt, dass du schwanger bist. Ja, es reicht einfach. Ja, das sagen jetzt die vier Männer hier. Wir klären das jetzt ein für alle Mal ab. Ja, lasst euch das mal gesagt sein, wie das ist, wenn man schwanger wird. Genau. Genau. Und dann? Dann kommt die Szene, wo er dem das Kind in die Hand drückt. Was heißt in die Hand? Auf dem Tisch ablegt. Nachdem sie beide ein paar Blessuren haben in der Krankenstation. Aber er sagt ihm ja sozusagen, er sagt ihm ja nicht, dass er jetzt da gar nichts mehr mit zu tun haben wird, sondern er sagt ihm, ne, erste Lektion, wenn das Kind im Krankenhaus ist oder krank ist, wird es nicht alleine gelassen. Du hast die erste Schicht. Ja. Und daraus habe ich halt gehört, dass er, der Chief selber, schon noch nachher wiederkommt. Sagt er ja dann noch. Der fragt, wie lange dauert die erste Schicht, bis ich wieder nüchtern bin. Genau. Dann habe ich mir so schön vorgestellt, wie die beiden dann zusammen zwei Väter das Kind aufziehen. Ja, genau. Heute möchte ich immer mal rausgehen. Nein, Hot Talk heute ist dein Tag. So wie in Full House, dieser Serie früher, die es da gab. Mit den ganzen Töchtern. Ja. Ich glaube, das spielte in San Francisco bei den, wie heißen diese bisher bestimmten Häuser? Painted Ladies. Keine Ahnung. Vielleicht stimmt es auch nicht. Egal. Zurück zu Lost. Nein. Zurück zu Battlestar Galactica. Wow. Ich wollte schon gehen. Genau. Es kommt ja dann irgendwann zu dem Punkt, wo sie anfangen, die Zylonen auf die zivilen Schiffe zu schicken, um eben zu Beginn die Antriebe umzubauen. Naja, also im CIC sagt er, könnte ja auch so und so viele Schiffe weigern sich. So und so viele Schiffe antworten nicht mal auf unser Rufzeichen. Und dann schert das Thylium Schiff ja einfach aus der Formation aus und aktiviert seinen FTL-Antrieb. Und es hat ja auch noch die Ingenieurs-Crew getötet, die an Bord war. Ah, die Zylonen-Ingenieurs-Crew. Nämlich Zarek. Weil sie sind irgendwie zu dumm, den Funkverkehr offensichtlich zu verschlüsseln. Kann jeder mithören. Weil Zarek... Oder sie machen... Ja, ich glaube auch, dass es vielleicht andere Schiffe mitkriegen sollen. Kann auch sein, ja. Und damit er zeigt, seht ihr, seht ihr, das gemeine Militär, wenn sie nicht mehr weiter wissen, wird aufs Maul gehauen. Genau. Und dann sagt er halt noch so, sie werden nicht auf euch schießen und so weiter, bla bla bla. Und macht so weiter wie bisher. Und dann springen sie weg. Ja, kurz bevor der Raptor sich andocken kann. Und dann wird Zarek zu einem Gespräch eingeladen. Genau, wenn dann eben der Raptor zurückkommt und dann auch einen Umweg über die Colonial One fliegen soll. Und Athena fragt, was sollen wir machen, wenn er sich widersetzt? Und dann sagt er irgendwie, Einsatz von Gewalt ist irgendwie autorisiert oder irgendwie sowas. Tödliche Gewalt sagt er sogar auf Deutsch. Ja, und in der nächsten Szene sieht man Zarek dann direkt in der Brick sitzen. Also hat er sich wohl nicht so widersetzt. Nur hat sein Ziel ja erreicht. Er konnte der zivilen Flotte zeigen, was passiert, wenn man Nein sagt zum Militär. Ja, ja, ja. Ich denke, das war sein Plan von Anfang an. Wieso oft? Und der Plan des Admirals ist, aus ihm herauszukitzeln, wo denn dieses Thylium-Schiff hingesprungen ist. In der Trumpen setzte er sich ihm gegenüber mit einer fetten Mappe voll schmutziger Wäsche. Ja. Über Zarek. Also lässt er ihn glauben. Genau, aber es war tatsächlich schmutzige Wäsche. War das ein Gag oder ist das wirklich eine Sammlung von ... Weil am Ende guckt doch da noch, nachdem der Admiral das Ding an Tai gibt, dann guckt Tai noch so drauf und sagt dann auch noch Laundry. Ja, das sind halt wahre Wäschebefehle. Das wollte ich wissen. War das ein Gag? Die Reinigungsabteilung, ich glaube. Also es war mehr ein Bluff als ein Gag. Das meinte ich noch, war das ein Bluff. Zum Glück hat er da nicht reingeguckt. Okay, dann war es witzig. Weil ich habe es nicht ganz verstanden, war es jetzt ein Bluff oder ein Gag? War es ein Bluff oder war das echte schmutzige Wäsche? Aber so wie Tai reagiert hat, hatte ich mir auch schon gedacht, das war jetzt wohl ein Bluff. Und es war wirklich schmutzige, also Laundry. Ja. Was ich witzig fand, war, dass Zarek was auf dem Zettel, also auf ein Stück Papier schreibt und das so auf den Boden schmeißt. Und das in der Folge irgendwie das dritte Stück Papier ist, was Adama so verbaut. Oh mein Gott, die Leute lernen. Da gibt es auch ein lustiges Funfact zu, weil er steckt sich ja meistens in die Hosentasche. Und die Militäruniformen haben keine Taschen an den Hosen. Also haben sie für ihn extra eine Hose gemacht, die Hosentaschen hat. Und da war er so stolz drauf, dass er, und er wollte es den anderen immer vorhalten, dass sie keine Hosentaschen haben. Deswegen hat er immer, wenn er die Möglichkeit hatte, in Szenen mit anderen Leuten die Hände in die Hosentaschen gesteckt. Aber warum haben die denn keine Hosentaschen? Du sollst als Soldat nicht die Hände in den Hosen haben. Ja, aber du musst doch manchmal Dinge, was ist denn das? Dann ist ja jetzt auch klar, warum immer der Admiral den Müll aufheben muss. Ja, Admiral Müll. Wenn er Tide an einfach dem falschen zusammengeknüllten Zettel gibt, oder was soll ich denn damit anfangen, willst du mit mir ausgehen? Ja, leicht. Ja, leicht. Ja, und dann sagt er noch irgendwie zu Zarek, sie können jetzt hier noch ein bisschen warten, bis ich den Code verifiziert habe. Das Essen würde ich nicht anschauen. Also nicht dem Code, sondern die Koordinaten. Die Koordinaten, genau. Also geguckt habe, dass das Thylium-Schiff wirklich da ist, wo Zarek sagt. Ja. Und ist es auch. Die schicken dann ein paar Raptor samt Viper-Escort hinterher und finden das Thylium-Schiff und führen es zurück zur Herde. Mhm. Nur nochmal, weil wir es jetzt nicht gesagt haben, diese schmutzige Wäsche sollten Akten halt über Zarek sein, die dazu führen, dass die Öffentlichkeit ihn als den Strittenzieher und hinterhältigen Typen kennenlern, der er ist. Ja, genau. Weil er hat ja auch dieses idealisierte Bild des Freiheitskämpfers bei vielen Bürgern der Flotte. Und dass er halt ein Terrorist ist, dass er Schmiergelder angenommen hätte und so weiter. Und anscheinend, da er da sehr schnell einknickt und es aufschreibt, ist es ja wirklich so. Mhm. Das wusste er damals, deswegen konnte er bluffen. Der alte Mann. Dem macht niemand was vor. Er kriegt ja auch eine Brille. Und in der gleichen Zeit soll doch Li dann jetzt die Flotte überzeugen, das doch zuzulassen? Oder? Weil der ist doch nachher so entsetzt, dass Zarek wieder da ist erstmal und ist genervt über Adama, weil er glaubt, dass Adama ihm jetzt in den Rücken gefallen ist. Das ist aber alles nächste Folge. Oh shit. Ich sag's. Okay. Diese Folge ändert damit, dass Zarek nochmal Besuch in der Zelle bekommt. Ah. Und Felix. Nee, die Folge endet mit zwei nackten Menschen im Bett. Ja. Aber vorher noch mit zwei Männern in einer Zelle. Und der Chief. Ja, genau. Oh, wäre das süß. Jetzt führen wir weiter, was wir mit Kelly begonnen haben. Oh Gott. Okay. Zurück zur Zelle. Zur Zelle. Zarek wird von Gator besucht und Gator sagt, weiht ihn ein in die schon sich entwickelten Ränke einer Verschwörung. Mhm. Sie brauchen aber einen, ja, einen wie Zarek eben an der Spitze, der das alles leitet. Und Zarek sagt, er braucht da aber Unterstützung beim Militär. Und ja, da bietet sich ja niemand anderes an als Captain Ahab, also der einbeinige Gator. Ja, richtig. Der ja quasi an der Quelle sitzt, am Kommunikationsdingen auch sein kann, quasi auch alles gefiltert an die Führungskräfte weitergeben kann. Genau, genau. Es riecht nach Putsch. Ja. Hm, wund. Anders als am Geburtstag, der riecht nach Putsch. Au, au, au. Es tut mir leid. Ich finde da nichts mehr zu tun. Ja, und dann, nichts ahnend von alledem, löffeln in dem Admiralsquartier Adama und die Präsidentin. Gemeinsam ein Schokopulling aus. R-Rating umgangen. R-Rating. Ja gut, war ja jetzt aber auch keine große Überraschung. Nee, nee, nee. Und die Glatze von jetzt sieht immer noch komisch aus. Wollte ich auch sagen. Das sieht man, dass da die Haare kommt. Das erinnert mich an die, es gab mal irgendeine komische Komödie mit komischen Außerirdischen. Ja, das Mars Attack. Da habe ich auch dran gedacht. Kone. Nein, nicht mal. Kone Ads. Ja, den meine ich, genau. Mit Bill, nee, wie hieß er? Ben Kingsley war die, glaube ich. Nee, mit Dan Aykroyd. Nee, Ad, genau. Dann meine ich nicht Kone Ads, sondern was anderes. Doch, doch, meinen wir. Äh, ich aber nicht. Ja, meinen wir auch. Ben Kingsley. Du meinst den Kone Ads mit Ray Liotta. Genau den. Ray Liotta. Ray wer? Ist das die von Star Wars? Ray Skywalker. Ah ja, können wir ja auch sagen. Hier, Leute, hört Impulssender. Episode 9. Teil 1. Er hat alle Teile. Ja. Gibt auch noch einen über Indiana Jones. Gut, aber zurück ins All. Das war's, oder? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Es fängt an mit dem Admiral, wie er aufwacht und endet, wie er einschläft. Ist das nicht schön? Ein Tag im Leben eines Admirals. Ein ganz normaler Tag. Na, dann sag doch mal, wie schön du es fandest. Denn wir kommen zur Bewertung. Uh, ich bin letzter. Glaub, ich glaub, Jan, das fehlt. Soll ich anfangen? Ja. Ach so, ja, ja, okay. Ich muss sagen, diese Folge. Ich hab einfach keine Autorität hier. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich die fand. Und, also, irgendwie hat die, dieses Tempo, was durch die Rede in der letzten Folge des Admirals angekommen ist, hat sie sehr viel dieses Tempos wieder rausgenommen. Und ich fand sie teilweise recht träge. Auf anderen Gebieten fand ich sie sehr drastisch und schnell, was sich entwickelt hat. Zum Beispiel die Einstellung von Gator gegenüber manchen Sachen. Und auch dieses Schwelende in Sachen von, ähm, ja, dem, dem wahrscheinlich bevorstehenden, der wahrscheinlich bevorstehenden Revolution, oder nennen wir es Putsch, oder Meutau, oder wie auch immer. Aber, das, das wird sehr cool dargestellt durch die, es macht mal die Tür zu und, äh, ein Blick hier, ein Blick da. Und am Ende wird's eben sehr offen gemacht, dadurch, dass sich das Militär in Form von Gator dann mit der Zivilregierung in Form von Zarek verbündet. Alles in allem, aber, ähm, ach ja, und es kam raus, dass das Baby vom Chief nicht des Chiefs Baby ist und damit ein vollkommen menschliches Baby. Und kein Zylonen-Baby ist vielleicht wichtig, um das einfach abzuschließen, dass das, äh, einmalig ist mit, äh, mit Ära. Nichtsdestotrotz sechs Punkte. Letzteres hab ja ich jetzt erst begriffen und steige dann deswegen gleich ein. Deswegen fällt mir jetzt die Folge noch viel besser, nachdem ich begriffen hab, was das für eine Auswirkung hat mit dem Kind. Ich fand die Folge ziemlich solide und sie hat mir eigentlich genauso gut gefallen wie die letzte. Oder ähnlich gut, würde ich sagen. Und ich fand die gar nicht, ähm, dass sie sich lang gezogen hat. Ich fand, das ging genau in diesem Stil weiter. Und, äh, deswegen würde ich dir tatsächlich acht Punkte geben, hab ich mir hier auch aufgeschrieben. Und deswegen werde ich da dann noch nicht rütteln und bleibe bei acht Punkten. Und ich fand, das war eine gute Folge, die ich gern geguckt hab. Sehr schön. Dann kann ja nur noch der Film. Ja, ja, ich setz mich genau in die Mitte. Sehr schön. Das, 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 also, Folge mit Stärke und Schwächen. Und ich weiß nicht, also, solide ist für mich nicht acht Punkte. Naja, alles unter acht ist halt nicht guckbar. Siehe, Schwarzmarkt. Gott, sind wir schon weit gekommen von der Schwarzmarkt-Folge. Dann fehlt noch Ben. Ben. Oh. Kingsley. Oh, Sir. Ben Kingsley. Ähm, ich bin da auch bei Phil. Also, ich geb der Folge, ähm, sieben Punkte. Weil, ähm. Ah, ich freu mich immer voll, wenn wir im Durchschnitt, ne, 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 toll, also, eine Runde-Bewertung haben. Das ist irgendwie sehr befriedigt. Schöne Normalverteilung haben wir wieder. Ja, es war eine okaye Folge, ähm, aber weiß ich nicht. Ich freu mich eher auf die Nächsten. Ich weiß, was kommt. Deswegen kann ich die leider nicht mehr so objektiv beurteilen. Ja, zwischen acht und zehn ist ja auch noch ein großer Unterschied. Ja. Von eins, zwei, acht Komma drei. Das sind wie vier Sterne auf Letterboxd. Da gibt's dann auch noch einen oben drüber. Ja, gut, dann, äh, letzte Worte, ne? Genau. Ja. Dann fang ich an? Ja. Codename Hotdog Swinkersmiley. Oh, oh, und jetzt muss ich schon. Ach, du Schreck. Und zwar Swinkersmiley ausgeschrieben. Swinkersmiley. So wie, äh, Herr Sonneborn das immer macht. Den mögen wir ja auch. Redet noch ein bisschen. Wieso, hast du kein Wort? Nee. Dann... Kannst du noch zwei Worte nehmen. Dann nehm ich zwei Worte und sage... Dödelkopf. Zylonen-Bastard. Kein Zylonen-Bastard. Hast du drei Worte? Halt, halt. Aber nur zwei verschiedene Worten. Ich sage... Nicht der Papa. Oh, sehr gut, sehr gut. Und ich sage keinen Kommentar. Okay, dann haben wir alle was gesagt. Und... Tims Worte werden fressig gewesen. Bleibt uns nur noch zu sagen, macht es gut bis zum nächsten Mal. Und, äh, wir kommen bestimmt bald wieder. Ja. Passt auf. Auf. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Zylonen-Bastard. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Pach, 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 päh. Ich bin Shakespeare nur richtig genießen, wenn sie in dem klingonischen Original gelesen haben. Vor allem wird die Welt niemals erfahren, dass ich mit Effektivität und Effizienz recht habe. Hast du aber nicht. Aber das Wirtschaftslexikon benutzt meine Definition. Du kannst ja unter der Folge kommentieren dann. Ja, unter fremdem Namen. Als Doktor Wirtschaftslexikon. Ich habe das nochmal nachgegoogelt und ich glaube, Ben hatte recht. Und zackste, guck da weg. Wieso wird mein Kommentar nicht freigeschaltet? Ich habe ihn schon zehnmal geschickt. Effektiv heißt, dass du in die richtige Richtung läufst und effizient heißt, mit welchen Mitteln, wie wirtschaftlich das ist oder wie... Genau, das habe ich gesagt. Nein, das hast du nicht gesagt. Du hast genau das Gegenteil gesagt. Nein, du hast es anders gesagt. Gut, dass ich es aufgezeichnet habe. Gäbe es nur eine Möglichkeit, das nochmal nachzunehmen. In der Zeitreise. Oh, Aufnahme verloren. Wie ärgerlich. Genau das Stück war mit Rauschen gelegt. Drück mal, bitte es. Und jetzt auch noch, wie er so blum versucht hat, das, was er falsch gesagt hat, jetzt auch noch richtig hinzufliegen. Er hat es auch richtig gesagt. Nein, hat er nicht. Aber es kommt da in der späteren veröffentlichten Aufnahme dann so. Hier kurz aus der Post-Production. Hier gab es einige Tonprobleme. Das bitten wir zu entschuldigen. Dann werde ich so ganz schlecht zusammengeschnitten reingefügt. Effizient ist. Aktiv. Effekt. Tienz. Ja, das glaube ich, dass das passiert. Ja. Wir vertrauen dir aber hundertprozentig, Tim. Ja. Was habt ihr denn von den Oscar-Gewinnern gesehen? Nur die Rede von Steve Martin und... Ja, ich meinte jetzt die Filme. Ach so. Ich weiß nicht, wer in was gewonnen hat, ehrlich gesagt. Also, bester Film war Parasite. Nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Joker habe ich auch nicht gesehen. Ah ja, genau. 1917 habe ich auch nicht gesehen. Habe ich auch nicht gesehen. Once Upon a Time in Hollywood. Den hast du doch gesehen. Habe ich gesehen. Den habe ich gesehen. Bester Nebendarsteller Brad Pitt. Stimmt ihr zu? Was waren denn andere Kandidaten da? Ihr Anthony Hopkins, Two Popes. Ah, stimmt. Das hat mich gewundert, weil ich den anderen viel besser fand von den beiden. Und Al Pacino und Joe Pesci aus The Irishman. Und Al Pacino ist in The Irishman. The Irishman ist mal wieder... Da kann man mal wieder sehen, dass Al Pacino schon immer besser war als Robert in New York. Moment. Und der war nominiert, oder wie? Ja. Ja, als bester Nebendarsteller. Aber ich glaube, von The Irishman ist komplett leer ausgegangen, oder? Hat nichts... Ja. Ja, das hätte mich jetzt auch... Also, das ist auch in Ordnung. Das ist kein Oscar für... Also, wenn, dann für einen der Schauspieler. Also, es ist schon länger, glaube ich, jetzt. Das ist so diese Ära von Scorsese-Filmen, die sich noch hält, aber... Ja, und außerdem, also, so eine Netflix-Produktion, die gewinnt keinen Oscar. Das kannst du... Ja, ja, das stimmt. Auch wenn die der Form halber eine Woche im Kino läuft, dass wir trotzdem in den wichtigen Kategorien keinen Oscar gewinnen. Einfach, weil es eine Netflix-Produktion ist. Ja, ja, da hast du recht. Dann habe ich nur Once Upon a Time in Hollywood gesehen, tatsächlich. Und du meinst, ob Brad Pitt das verdient hat? Ja. Das fand ich schon sehr gut in dem Film, muss ich sagen. Ich fand ihn auch gut. Ich konnte auch teilweise nicht unterscheiden, ist er jetzt Hauptdarsteller oder Leonardo DiCaprio. Die Frage ist auch, aber das darf man ja wahrscheinlich nicht bewerten, ob die Rolle überhaupt Hollywood würdig, ne, Oscar würdig war. Was meinst du damit? Na, die, die er gespielt hat. Ob du jetzt so... Weiß ich nicht. Ich weiß ja gar nicht. Ich kenne die Kriterien halt nicht, die da angelegt werden. Ich auch nicht. Ich weiß halt nicht, ob... Ich finde es zum Beispiel schon komisch, dass anscheinend, dass es möglich ist, dass aus einem Film mehrere Nebendarsteller da rein können, wenn hier Al Pacino und Joe Pesci nominiert sind. Ach so. Das verstehe ich schon nicht. Wir sollten wahrscheinlich, dass beide nominiert sind, falls nächstes Jahr schon einer tot ist. Ich weiß nicht, wie ein Beispiel... Zum Beispiel Sean Connery, der hat doch seine Rolle, seine Oscar hat er doch bekommen für, auch als Nebendarsteller für hier, ähm... James Bond. Nein. Für, für den Polizisten in dem, ähm... Ah, Kevin Costner. Ja, genau. Ja. Wo auch Robert De Niro. Ah, Waterworld. Nein. Nein. Al Capone. Die, äh, nicht die üblichen. Ich habe immer die üblichen Verdächtigen. Das mit dem, mit dem... Die usual... Nein, jetzt habe ich es auch, Mann. Ja. Ja, aber ich weiß schon. Wo er hinterher gesagt hat, das kann nur ein Spaghetti-Fresser sein, kommt mit einem Messer zu einer Schießerei. Ach so. Ja. Und die, also das fand ich schon, das lag halt aber auch an der... Die Unbestechlichen. Die Unbestechlichen, genau. Und das war schon eine gute Rolle, aber es lag halt auch sehr an der Rolle, fand ich. Wie... Ja. Der hat den halt gut gespielt, diesen Irish Cop da, aber das war halt auch eine sehr gute Rolle dafür. Ja. Weil der so markant war. Mhm. Und, ja, Brad Pitt, ich kann, kann ich nicht so richtig beurteilen, ob der das jetzt verdient hat, aber ich fand den auch gut in der, in der Rolle, die der gespielt hat. Ja. Das war halt eine ganz andere Rolle, nicht so eine markante. Ja. Ja, ich fand, also viele Sachen, die mir aus Once Upon a Time in Hollywood im Kopf geblieben sind, da ist er auf jeden Fall mit dabei, wenn er sich mit Bruce Lee prügelt oder sowas. Mhm. Der hat halt so einen, so einen ganz gelassenen eigentlich, so einen ganz gelassenen Typen gespielt, der die besten Jahre hinter sich hat. Mhm. Dem ist aber scheißegal, das ist im Gegensatz zu Leonardo DiCaprio. Ja. Aber auch wir, und Leonardo hat das auch super gefühlt. Ja, da kann ich mir allerdings den Brad Pitt auch sehr gut vorstellen. Ja. Und, äh, ich mein, der kann ja alles Schauspielern, ne, allein, ich hab mir die letzten Tage nochmal ein paar Szenen aus Snatch angeguckt, wo er den, den Zigeuner spielt mit diesem krassen irischen Akzent und du es im Original einfach gar nicht verstehst, was die erzählen. Nichts, nichts verstehst, ja. Aber das ist halt großartig. Oder in Burn After Reading, wenn er diesen, diesen Fitnesstrainer spielt, der, also, der weiß nicht, ob ich das erzählen soll, wie er im Film sich, aber ist ja egal. Ja, die Leute, die den Film kennen, kennen die Szene, wie er dann, äh, ja, doch, finde ich, gerechtfertigt. Ich dachte, du hättest ihn gesehen. Also, weil ich das mit, das mit Joaquin Phoenix zum Beispiel, das kann ich voll nachvollziehen, weil der ganze Film einfach eine einzige, das, das war wie Revenant von, von Leonardo DiCaprio. Oh, okay. Jetzt, also, dafür will ich jetzt aber einen Oscar kriegen, wirklich. Aber psychologisch und nicht so wie bei Revenant. Ja, ja, aber halt einfach so ein, guckt mal, wie sehr ich mir, mich für diesen Film hier, wie sehr ich leide. Seht mich leiden. Wobei ich Revenant gut fand, den Film. Da hätten wir eben auch einen Oscar für den davor geben können. Ich hab den nochmal gesehen, jetzt vor einer Weile, und ich find den immer noch Bombe. Okay. Ich fand's so abstrus, weil ich hab The Revenant in einem dieser Edelkinos gesehen, wo du halt vorne, wo du mit ne Käseplatte bekommst und ein Glas Wein und irgendwie sowas. Und es waren so einzelne. Und du hast trotzdem gefroren. Es waren halt einzelne, einzelne Sessel. Und es war so ein richtig flauschiger Floccati vor deinem Sessel. Ich hab mir sogar die Schuhe ausgezogen. Und dann seh ich da auf der Leinwand, wie er ein Pferd aufschneidet, um drin zu überwintern. Was ist denn Floccati? Ja, diese schönen, flauschigen Teppiche. Ach so. Floccati-Teppich. So ein roter Kinoteppich. Ach nee, das war vorhin. Nee, das war einfach so ein langhaariges Ding. Ja, okay. Ja. Einfach Floccati-Teppich, dann siehst du es. Und dann hat er das Town-Town-Manöver gemacht. Ja. Oh, they're smelling bad from the outside. Oder sowas. Du hast ja 1917 gesehen. Ja, danach hätte ich nämlich auch noch gefragt. Ja, ich hab den gesehen. Der hat ja so technische Kategorien gewonnen. Ja, mehr musst du aber auch nicht gewinnen. Aber technisch war der wirklich richtig gut. Also allein diese Art und Weise, wie der halt wieder gedreht wurde, dass es so aussieht, als wäre er quasi am Stück gedreht worden. Wieso dieser One-Shot simuliert wird. Genau. Das war super. Aber du kamst überhaupt gar nicht zur Ruhe. Und dann auch diese Kameraperspektiven, weil die war immer auf dem Hauptcharakter. Du hast immer nur das gesehen, was quasi der Hauptcharakter gesehen hat oder was um ihn rum passiert. Aber keine totalen, keine weitblenden. Du warst wirklich immer mittendrin. Du warst immer das Zentrum des Films sozusagen. Und das fand ich echt gut. Ja. Du wusstest auch nie, was hinter der nächsten Ecke ist, weil die Kamera halt nicht hinter die nächste Ecke gegangen ist, bevor nicht der Charakter da war. Und hier, Bild und Ton waren großartig. Es gab da eine Szene, die hatte schon fast Interstellerniveau, was die Bildarbeit angeht. Da kannst du keinen von uns in dem Ofen hervorloggen. Wenn ihr die Szene seht. Okay. Also da war Bild und Ton war da echt geil. Ist eigentlich nichts passiert in der Szene, aber sie sah so unglaublich gut aus. Ja gut, Bild war ja bei The Revenant auch super. Dass die Natur aufnahmen, das war ja super. Und der Ton war bei Revenant auch gut. Also auch, mir fällt das immer sehr positiv auf, wenn Filme extrem zurückhaltend sind mit Musikeinsatz. Also wenn du nur ganz gezielt in wenigen Szenen Musik hast, dann wirkt das immer viel. Dann nehme ich die viel mehr wahr, als wenn über den ganzen Filmen immer Musik im Hintergrund ist, dann blende ich die irgendwie viel mehr aus. Mhm. Ja, muss ich mal gucken, diesen 1917. War auch, glaube ich, der einzige Ausgaufilm, den ich gesehen habe. Mir fiel ja dann gleich Path of Glory ein, den ich auch noch nicht geguckt habe, weil nämlich ja Kirk Douglas kürzlich gestorben ist mit 103. Seine Frau lebt aber noch, die ist auch erst 100. Und Path of Glory ist auch so ein, der kam mir neulich in den Sichtbereich, weil ich ein Video gesehen habe, wo Terry Gilliam seine Lieblingsfilme vorstellt. Stanley Kubrick-Filme. Genau. Das ist noch ein Schwarz-Weiß-Film. Und der soll auch so irgendwie, da sollen wir auch so Kamerafahrten durch die Gräben vom Ersten Weltkrieg sehen und so. Mhm. Ich habe den aber auch noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich den, ich habe mir irgendwann mal so eine Stanley Kubrick-Box gekauft. Ich weiß gar nicht, ob der da mit drin ist. Wenn da alle drin sind, müsste der da mit drin sind. Ja, die ist aber auch, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Film eingelegt habe. Wir spielten bei 1917 mit, niemand bekannt ist, oder? Benedict Cumberbatch hat 30 Sekunden Bild. Könne ich nicht. Zeit. Doch, den kenne ich. Aber ansonsten ja. Mark Strong. Stimmt, der hat auch eine lustige, also eine nette Rolle. Den war ich überrascht, weil ich nicht gelesen habe, dass der da mitspielt. Ja. Also die haben viele, also das ist wirklich eine Kritik, die der Film oft hört. Die haben viele große, bekannte britische Schauspieler genommen und die für irgendwelche Nebenrollen sozusagen benutzt. Das finde ich jetzt aber gar nicht prinzipiell Kritik. Naja, man ist halt immer so ein bisschen überrascht. Man kommt so ein bisschen raus, finde ich, wenn man die dann sieht. Aber das gibt's doch, also das gibt's doch häufig. Also wirklich nur Nebenrollen. Einer ist nur kurz da, um eine Nachricht zu überbringen. Der hat vielleicht 10 Sekunden. Aber sowas finde ich immer süßbar. Ich finde das sehr sympathisch eigentlich. Ja, ist auch gut. Du nimmst ein paar unverbrauchte Gesichter für die Hauptdarsteller und so ein paar berühmte Leute, die kannst du mehr Geld verdienen als die Hauptdarsteller. Die kannst du kurz auch, ja, weiß ich nicht, mit denen kannst du Werbung machen. Oder die haben einfach Bock mitzumachen. Manchmal, genau. Manchmal waren die das auch umsonst. Bruce Willis hat für 12 Monkeys, hat er, glaube ich, auf seine Gage verzichtet. Aber sonst hätte er es ja auch nicht machen können, weil Terry Gilman hat ja nie Geld. Hast du eigentlich dir schon den Don Quixote angeguckt? Nein. Ach stimmt, das wollte ich ja machen. Hast du das gemacht? Nein, ich warte die ganze Zeit drauf, dass du ihn anguckst, dass du sagst so, ah ja, musst du unbedingt gucken oder nee. Ich glaube, so gut wird er nicht sein. Also mal gucken. Mal gucken. Ja, genau. Mal gucken. Ich würde jetzt auch sagen, Terry Gilliam-Filme, die sind alle nicht, die sind ja alle nicht irgendwie das absolut Beste. Aber das ist halt immer... 12 Monkeys habe ich schon sehr gut in Erinnerung. Ja, ich auch. Habe ich aber jetzt nochmal geguckt. Kann ich auch. Den habe ich auch schon oft geguckt, tatsächlich. Der habe ich schon mehrmals geguckt. Fear and Loathing habe ich auch sehr gut in Erinnerung. Den habe ich noch gar nicht geguckt. Aber bei Brasil geht es mir genauso. Dann wird es ja schon dünn. Genau, Brasil ist massiv überhypt. Nee, finde ich nicht, dass der massiv überhypt ist, weil der ist gar nicht so überhypt. Okay, dann nur in meiner Wahrnehmung. Aber das ist ein Geheimtipp trotzdem, weil das halt... Ich fand den ja auch nicht schlecht. Ja, das ist halt kein Mainstream und das ist schon gut. Weil sonst brauchen wir keinen Terry Gilliam gucken, wenn man Mainstream gucken will. Naja, Jupiter Ascending fällt mir da spontan ein. Was ist das denn? Ja, das ist Terry Gilliam und das ist halt Science Fiction. Kenn ich gar nicht. Ist das Mainstream? Schon ziemlich. 12 Monkeys ist auch der Mainstream-Mix, der Film, den ich kenne von Terry Gilliam. Ja gut. Es ist ja zum Beispiel bei hier... Wie heißt der, der den Affenverhörfilm gemacht hat? David Lynch hat auch einen Ausgaben bekommen. Ja, genau. Den Ehrenausgaben. Die Mainstreamigen Filme von David Lynch sind ja auch eher meine. Du kennst aber keine. Und mit diesem Plural meine ich Blumen. Ja, du hast ja auch immer noch nicht, weil du ja auch nicht auf meinen Rat gehört hast. Du hast ja auch immer noch nicht. Das stimmt. Ja, habe ich nicht. Wie heißt der? Jetzt habe ich vergessen, wie er heißt. Achso. Ja, ich auch. The Straight Story geschaut. Ich glaube, mal gucken, ob es die wieder gibt. Das ist ein Disney-Film sogar. Das heißt heutzutage gar nicht mehr viel. Ist ja auch schon von 2001 oder so. Nein, gibt es nicht mehr. The Straight Story, nein, natürlich. Wird nie wieder aufgeführt. Verpasst. Oh nein. Sehr guter Film. Das ist ein Disney-Film.